Mit vollem Esprit nach vorne schauen und die Dinge angreifen wollen. Dein Highlight bei Sonnen, die Einladung zum Sommerfest. What's up this? Weißwurst mit Brezel oder Currywurst mit Pommes? Ja, Weißwurst mit Brezel natürlich. Currywurst. Was gibt dir für die letzten Stunden die extra Power? Am besten irgendwie Schokolade am Nachmittag und dann kann man abends auch noch ganz lange weiter feiern. Tischtennis spielen. Energy is yours! Mein persönliches Highlight ist natürlich das Sommerfest. Mein Vipo-Besuch. Companionship. Ich beschreibe Sonnen in drei Worte. Ich beschreibe Sonnen in drei Worte. Energy is yours!